Jetzt muss ich mal gucken, wie war das gewesen. Schaufel. So. Sorge für die Blume der Knochen. Okay. Dann soll die Maschine für sich sorgen. Ich hab's jetzt erstmal gegossen. Mehr kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Und jetzt geh ich erstmal in die Aufgaben wieder. Jetzt haben wir jetzt nur noch das hier. Aquamarina und Sumpfwasser. Da geh ich jetzt mal zu mir. Guck mal, ob ich Sumpfwasser herstellen kann. Ah, hier. Okay. Okay. Sumpfwasser herstellen. Okay. Weil das wird jetzt ein bisschen dauern. Mit der Aufgabe. Ähm, deswegen mach ich erstmal die hier. Hi. Äh, du bist Level 6 und du bist immer noch Graben. Hab ich ein Geschenk für dich? Ähm, eigentlich nicht. Aber, ich kann dich das nächste Mal mitnehmen beim Dings machen hier. Ach, der ist auch noch ganz schön schwach. Hab ich grad gesehen. Aquamarina. Was ist denn da? Was ist denn das hier vor Gestein? Ähm. Gut, hier ist schon mal nüchtern. Und hier ist schon mal nüchtern. Aquamarina, okay. Können rüber. Habe ich schon mal. Und jetzt ist es Sumpfwasser. Ähm, Saubertrank, Sumpfwasser, Sumpfwasser. Hm. Ich seh hier nicht von Sumpfwasser. Äh. Äh, Sumpfwasser, drei Stück. Ich kann ja nochmal gucken. Nicht, dass ich immer wieder was übersehen habe. Nee. Dann geh ich mal hier drauf. Nee. Auch die ausgedingsterten Sachen ist nicht dabei. Okay. Auch nicht. Ähm. Ich muss mal ganz nach Pause machen. So, ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden. Ich glaube zumindest. Und, ähm. Dazu brauche ich eine Schaufel. Ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich da gelesen habe. Lichtung des Vertrauens. Da muss man nach funkenden Stellen gucken. Ja. Okay. Ähm. Brauche ich noch nicht mal die Schaufel, ehrlich gesagt. Kann ich hier ja wegstellen. Ähm. Muss ich jetzt hier rüber. Na, ich geh einfach mal hier lang. Genau. Da ist auch noch etwas. Es gab ja nur drei Stück. Deswegen, ähm. Es war an verschiedenen Stellen quasi möglich gewesen. Gut zu wissen. Bringe Elsa. Die Dinger. Die vielleicht nie war von einem Restaurant drin. Hier war ja hier drin gewesen. Die Elsa. Das ist ganz praktisch, dass ich mir so etwas merke. Außer in die Karte hat es ja, glaube ich, gerade gezeigt. Also warum nicht? Äh, klar. So. Bitteschön. So. Ja, komm, wir machen. Ähm. Gut. So. Ähm. 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 Was haben wir denn jetzt? Sprich mit Anna, um eine Haarlocke von ihr zu bekommen. Oh Gott. Reicht ihr die Haare dort selber raus? Äh. Anna. Wo bist du? Bist du nicht oben wieder hier? Genau. Langsam weiß ich sogar, wo meine Opfer sind. Und das Opfer läuft mir sogar entgegen. So. Dann lass uns mal hier. Ja. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Okay. Ähm. Bring Anna, 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 Anna's Haare zu. Äh, okay. Machen wir. Wir rattern erst mal die Mission hier heute runter, weil es hat ja auch lange genug gedauert, bis ich die Mission bekommen habe. Und jetzt möchte ich nicht nur ewig damit verschwenden. Und die Angeltour mit Elsa, die mache ich separat. Dann pimper ich die Eider richtig hoch, damit die mir ihre Erfahrungspunkte gibt. So. Ja. Ja, komm. Ja, komm. Jetzt soll ich bestimmt jetzt Anna gehen, mal. Ähm. Ich stelle den magischen Eisblock irgendwo im Dorf auf. Okay. Irgendwo im Dorf. Aber lass uns erst mal hier raus. Das ist das Dorf hier. Gut. Ähm. Irgendwo im Dorf. Hier drinnen kann ich den gar nicht abstellen. Wir machen den mal hier so in die Mitte, damit den auch hier sehen kann. Da können die sich da hinsetzen und ja, bearbeitet den magischen Block mit einer Spitzhacke. So. Okay. Ich sprich mit Christoph. Gut. Dann lass uns mal mit dem quatschen, mal. Dann haben wir auch gleich die Zeit rum. Papa ist nämlich auch müde. Oh Gott, das halte ich mir in Papamotos. Ja, ich bin nämlich auch müde. Wenn man ein Kind hat, ist das manchmal nicht schrecklich. Da ist er. Ich stehe gerne an der Wand, da. So. Ja, 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 ja. Kommt schneller. Ich werde nicht jünger. Jetzt gehen wir mal hier drauf. Wir haben jetzt noch die eine Mission. Fortschritte. Anna hat eine neue Aufgabe. Geh und sprich mit ihr. Okay. Ähm, ich werde mir mal die neue Aufgabe holen. Da ist ja auch schon die Aufgabe. So. Ja, ich weiß. Äh, Verzauberung. Was ist denn da jetzt so wichtig bei der Verzauberung? Sprich mit Merlin ist in Ordnung. Ähm, aber erstmal werde ich oben die Blume gießen. Da die ja so weit weg ist. Werde ich mal hinreißen. Und dann werde ich mal ganz schnell bei Merlin mir die Mission holen. Die magischen Blumen, die vertrocknet aber auch mal ganz schön schnell, muss ich sagen. So. Merlin. Da ist er. Da ist er ja. Ich muss nicht mal kurz Stürmen angeln. Ich stecke da eine rote wieder rein. Jetzt möchte ich wieder quatschen. Und, jo. Ja, 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 komm, schneller. Fertig, jünger. So. Ähm, Sorge für die Blume. Nein. Ähm, roter Chambion von der großen Weite. Der Lichtung des Vertrauens. Ähm, okay. Rote Chambions. Okay. Machen wir mal kurz das hier auf aktiv. Weil. Das andere braucht ja noch eine Weile. Rote Chambions. Ich bin dein Vater. Ich bin dein Vater. dolläher. Zum愛. Ähm. Rote Chambions. Ich bin dein Vater. Ja, ja. Ich bin dein Vater.